Magna ist einer der weltweit größten Automobilzulieferer und Auftragsfertiger. Um konkurrenzfähig zu bleiben, optimiert Magna die Fahrzeugfertigung in Graz permanent. Christoph Krammer ist verantwortlich für die Technologiesteuerung der Gesamtfahrzeugfertigung. Seine Vision, Produktion in einer Smart Factory. Ein kleiner, aber wichtiger Baustein dafür sind fahrerlose Transportsysteme. Die Vision der Smart Factory ist im Endeffekt die Flexibilität zu steigern. Für das fahrlose Transportsystem bedeutet es, dass wir einerseits Material transportieren wollen damit, andererseits auch Maschinen wie zum Beispiel Roboter in der Fertigung und in der Endausbaustufe auch das Produkt. Um damit in die Lage zu kommen, nicht wie üblich eine klassische Linienfertigung zu haben, sondern einen Teil davon zu reduzieren und individuell Boxen mit dem Produkt anfahren zu können, für Ausstattungsvarianten zum Beispiel, die nicht jedes Fahrzeug bekommt. Der Einsatz fahrerloser Transportsysteme, kurz FTS, ist nicht neu in der Produktion. Doch Magna setzt auf eine neue Variante dieser Systeme, die automatisiert Fahrzeugteile an die jeweiligen Produktionsstationen bringen. Fahrerloser Transportsysteme selbst kennt man seit Jahrzehnten eigentlich. Die sind üblicherweise Spur geführt, zum Beispiel durch Magnetwände, die im Boden eingelassen sind. Der Unterschied bei unseren ist, wir nutzen die Landkarte der digitalen Fabrik, sprich die 3D-Daten unserer Fabrik. Und das Fahrerloser Transportsystem scannt seine Umgebung mit den Sensoren und legt diese zwei Landkarten übereinander und bestimmt damit die Position frei im Raum. Ein Vorteil, den Magna zur Flexibilisierung der Fertigung nutzen will? Die freie Navigation bietet den Vorteil, dass Sie in der Software den Start- und den Endzeitpunkt festlegen können. Und das Fahrlostransportsystem den Weg dorthin selbst errechnet. Damit haben Sie die Möglichkeit, sehr schnell Routen zu ändern und Aufträge zu ändern. Wenn fahrerlose Transportsysteme wichtige Bausteine der flexiblen Fertigung sind, dürfen sie nicht ungeplant ausfallen. Aus diesem Grund will Christoph Krammer die Systeme mit Sensorboxen ausstatten, die technische Zustandsdaten der FTS sammeln. Dafür hat er ein Pilotprojekt mit T-Systems gestartet. Das Ziel mit den Daten ist es einerseits, predictive maintenance zu betreiben, sprich Zustände zu erkennen und daraus abzuleiten, wann zum Beispiel Wartungen fällig sind. Das zweite Ziel damit ist es, die Belastungen zu kennen und damit zum Beispiel Dauerläufe für die Freiprüfung des Fahrlostransportsystems machen zu können. Michael Böhm, seit 2002 verantwortlich für das operative Geschäft mit Magna, sieht in der Internet-der-Dinge-Lösung für das globale Unternehmen weiteres Potenzial. Die Lösungsspezialität, die wir mitbringen, besteht aus mehreren Komponenten. Zum einen das Thema Connectivity, also wie die Daten von dem Device in die Cloud gesendet werden. Und zum anderen die Datenverarbeitung in der Cloud auf unseren Systemen und dann die Auswertung dieser Daten für eine weitere Verarbeitung. Und bei einem Pilotprojekt mit Magna soll es nicht bleiben. Der weitere Fahrplan ist so gelegt, dass wir nächstes Jahr die Strategie in Richtung PT-Systems als Partner für Business Enablement positionieren wollen. Das bedeutet, dass wir das Bindeglied sind zwischen IT und dem Business, genau die Technologien an den Punkten einzusetzen, um für das Business in Zukunft gerüstet zu sein. Das ist eine Frage, was ich jetzt? Alles klar? Wollen Sie sich diese Frage an? ด голос Untertitelung des ZDF, 2020